so ihr lieben wir werden jetzt miteinander diese wunderschöne palette testen ja ich habe sie euch schon in einem holmer gezeigt ja oder ist noch so ein muster drauf seht ihr irgend so eine schlange sieht das aus wie eine schulange cool ja ist eine schlange ich habe heute was neues an das werde ich euch zeigen das kann ich mich dazu ich möchte mal so gerne jetzt habe ich hier von dessen ist auch so ein lieblings plasch das wenn wir jetzt einen hauch benutzen richtig richtig schön ich freue mich jetzt noch bilder zu machen richtig schön das ist mein heutiger schmuck ohrringe diese kette wunderschöne herzkette sieht mein outfit im ganzen aus dann noch stiefel dazu die zeige ich euch gleich noch diese tasche nehme ich dazu die ist so schön ich war in einem freundin gekriegt ich freue mich so die heute zu benutzen diese stiefel sind auch so innen drin so schön gefüttert ich habe die schon so lange um kaputt war ich freue mich die anzuziehen warme kuschelige jacke richtig toll kann man noch so umbinden zu machen oh ja da freue ich mich das anzuziehen das war mein video an euch ich hoffe ihr habt auch viel schnee ihr könnt mir ja mal einen kommentar schreiben ob wir auch noch schnee liegen habt und wünsche euch noch einen wunderschönen guten sonntag bis zum nächsten mal eure schminkfee ciao bleibt gesund passt auf euch auf danke fürs zuschauen das ist mein neues outfit der pullover ist neu und diese hose ist neu die ist so bequem die hose die sitzt super gut ich finde das muster ganz ganz toll wenn das richtig schön ich bin die mag dieses gestreifte ist dunkelblau mit dem hellblauen und weiß dazu und die hose finde ich richtig cool die ist so angenehm schön von der hose hier dieser bunt gefällt mir richtig gut also der pullover hier ist von vera mode so schön und kuschelig ist es gibt wieder klamotten neue klamotten für euch die ich euch zeigen möchte ich freue mich es geht los viel spaß mit dieser tollen hose schau mal die ist auch total toll ich freue mich die anzuziehen nichts werde da und drunter in den leggings anziehen thermoleggins im winter sehr gerne dann das ich finde das so süß hat mir richtig gut gefallen das durfte mit dann bisschen was für den sommer wenn der sommer bald wieder da ist ich finde das so schön dieses kleidchen ich freue mich so sehr das anzuziehen ein richtig tolles sommer gleich wo ich mich sehr drüber dann werde ich das tragen da freue ich mich auch sehr jedes top da finde ich richtig cool lilla ist meine lieblingsfarbe dann diese wunderschöne bluse ich mag so ausgefallene sachen ich trage gerne so ausgefallene sachen das liebe ich sehr das kann man so schön wenden da wo ich mich drauf so mit der spitze seht ihr nicht richtig cool ist auch eine coole farbe finde ich dann geht es weiter freue ich mich auch zu tragen richtig richtig schön mädels girls das finde ich auch ganz toll das sind schon sogar mal sachen wie der der sommer da ist werde ich das tragen da freue ich mich sehr drüber richtig cool zum binden finde ich top dann dieser body ich finde ihn ja sowas von genial ich liebe bodys mit einer coolen hose oder einem kurzen rock sieht schon top aus dann ein winterpullover jetzt braucht man dennoch brauche ich mich auch mit mir geht zu tragen diese eine weg ins da wo ich euch gezeigt habe könnte man gut damit anziehen die würde dazu passen ich habe immer ideen das wäre richtig gut dazu passen dann ist das so ein set diese mega weste mit knöpfen ich finde die richtig toll dazu gibt es noch eine hose ich finde genial freue ich mich anzuziehen kann man dann auch zumachen wenn man möchte aber die ist so kuschelig die weste und die hose ist so kuschelig leute wenn ihr das wüsste wie wir fühlen können wie angenehm der stoff ist sehr sehr angenehm dann das dufte mit richtig richtig schön genial und dann dürfte das noch mit ich finde das auch richtig schön kann man zutragen kann man offen lassen wie man das möchte ich werde beides machen wenn ich gerade lustig bin wie ich das haben möchte auch toller stoff toll 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 ja dann zeige ich euch noch gleich was ich noch geschickt habe noch ein tas habe ich geschickt schaut mal leute richtig süß also das musste mit von tom taylor das musste mit unbedingt das war mein kleiner hole an euch ich war noch live gewesen bei instagram und habe coole nägel gemacht richtig cool dieser nagellack dieser nagellack benutzt dazu dieser nagellack wurde richtig richtig cool music 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 Untertitelung des ZDF, 2020